Ah, scheiße. Du wirst hier stehen, all dear. Du hast mich betrunken. Alles klar. Hey. Was? Alvaro hat ein paar Arbeit, die er tun muss. Der alte Mann hat dich geholfen. Er braucht ein paar Bläden, Schapman. Das suitzt mir. Smithservant? Ah, Alvaro. Das heißt, er kann eine Pause machen? Ne, Alvaro? Ah, jetzt ist er sauer auf mich, weil ich ihn vermöbelt habe. Ähm. Aber ich habe die beste Waffe von ihm schon bekommen, ne? Oder? Es gibt andere. Hof. Ah, vielleicht komme ich hier irgendwie reingeklettert, wer weiß. Hm. Lop. Das heißt, er ist in Dornish. Dornishy is a virtue. Leave the property of others alone. Das heißt, er ist in Dornish. Wegsafe. Ah. Hm. Tasi. 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 Konrad hat eine Waffe, gut zu wissen. Er hat die Wälder beobachtet. Es kann halt sein, dass er irgendwie noch wegen dem Auftrag noch mal mit ihm reden muss. Was war denn hier? Was war denn hier? Alles klar, okay. Also es ist nicht das, es ist das Haus, wo die Wachen davor stehen. Vielleicht muss ich irgendwie gucken, dass ich da reinkomme. Oder vielleicht komme ich da irgendwie anders rein. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich meine, ich würde ja sagen... Dass man da irgendwie reinkommt, aber... Hm... Warte, hier sind Mauern. Ach, Scheiße, die sind hoch. Zu hoch. So. Oh. Okay, schade, ich hab gesagt, das funktioniert. Oh, es funktioniert doch, wenn man an der richtigen Stelle steht. Vielleicht bekomme ich gar keinen Ärger, wenn ich hier bin. Der scheint nicht reagiert zu haben. Das Lock ist zu schwierig. Shit, nee. Ich hätte investieren sollen, als ich es noch konnte, ne? Okay. So. Bye. bei mit laufen ist nicht viel das ist gestellt kann ich herumschleichen ich will das lock ist too difficult man no man no man no man Diese ganzen Missionen, wenn man sich jetzt noch gemerkt hätte, wer wo steht, dann könnte man das wahrscheinlich ein bisschen einfacher machen und wenn man bei den Missionen ein bisschen mehr aufpassen würde. Ich fühle mich nicht so, wie ich zu sprechen. Lass mich, Bea. Es gibt viele andere, die mit Gossipen haben. Versuch sie. Ich habe nichts mehr zu tun. Leider. Ich habe das gehört, dass ich das einmal selbst verabschieden habe. Aha. Fuh, 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 fuh. Okay. Okay, mit der Karte. Alles gut, es war ja nur, weil es mir quasi langweilig ist. War ich hier schon? Eigentlich schon. Oh, könnte das das Zeug sein, was die mitgebracht haben? Versuch etwas selbst. Geh über deinem Geschäft. Oh, verdammt. Ich habe andere Dinge zu tun. Mal sehen, ob der... Okay, was aus dem? Selke komme ich nicht raus. Das bringt mir aber nicht viel. Ansonsten... Ich müsste ja jetzt raus, um Pickpocket... Äh, um Schloss knacken zu lernen. Besseres Schloss knacken. Ja, ja, lass mich. Viel bleibt ja nicht, ne? Und irgendjemand... Ich will nicht mit dir reden, jetzt. Damm. Du musst noch andere haben, es ist nichts Neues für dich. Es gibt viele andere, die wir haben. Versuch sie. Versuch sie. Helft mich doch. Da hat sich die Hose im Monastery... Spannend. Speichern. Ah, you know me. This is a small. I'm a c- I need l- What do you- What? what do you want what's with that what do you So lange das keiner interessiert, und der in die falsche Richtung guckt... Ich bin ein Läggisch geworden, ok? Kann nur raten, ne? Okay, selbst länger unterwegs ist und keiner ist ehrlich geworden. Wollen wir mal gucken. Boah, das braucht so viel mehr Stärke. Also wer Ausrüstung braucht... Ist das genug für jeden? Da. Richtig geraten. Einfach mal die Wanddeko eingesteckt. Solange die nicht gucken, ist denen das wohl ziemlich egal. Ich glaube denen die Deko von der Wand. Oh warte, das ist die Monstery? Das ist alles. Hm. Hm. Wenn ich wollen würde... Da geht's aus der Stadt raus. Könnte aber wehtun. Ich fühle mich nicht wie zu sprechen. Oh. Stop. No w... I've heard... Oh yeah. Apparently he... We... We... Don't. I think... Oh really? Yes. And you think the amulet has to be in... The what? You think your eyes are better than... Well, go on then. Let's put them to... Okay. Lawbreaker. Tschüss. Ich mag nicht ein bisschen. Aber das kann man eigentlich ganz gut testen. Hinknien zum... Ich mag mich nicht direkt sehen. Throne. Da ist der geheime Raum. Wie komme ich eigentlich am Bild vorbei? Wunderschön, dass die mich halt voll ignorieren. Was ist das noch zu Gold machen kann, ja? Unter einem Bild. Gott hatte ich schon, ne? Ja. Oh. War das nicht der eine Gefangene? Ich mag ihn sommer. Ichinya ver Iya. Höhe? Höhe? Spock ich. Kom覆自己. Auch ich fühle mich. Ich versteh mi. 어치 präsent. Ja. Ich versteh mir. Okay. Okay. Are you the oldest of the triplets? Me? Amazing how a few minutes... A slice of fate can put a man in charge, isn't it? I wonder what the other two would have done if I hadn't been... Who's to say? Pickaxe, I'll try her. What is it? Chili... Alles entspannend. Stehe halt genau hinter ihm, ne? Nah... ...is too difficult. Is that so great? I am not, I know. What is it... The other. Oh... What's it... ...as he's... I know, you know. How are you? How do I get this man? I know I get this man. How do I get this man? It's not man. ein Hebel hinter einem Bild ein Hebel hinter einem Bild ich weiß, wo der geheimen Raum ist ein Hebel ein Hebel There is a secret room in the Dohns-Out-House, the switch to open it is hidden behind a picture. A secret room accesses by a hidden switch behind a picture. Switch behind a picture. Was für ein blödes Bild soll das denn sein? Ja, ist klar, aber ich suche immer noch. Becher, becher, becher. Wieso? 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 Oh shits. Okay. Okay. Questioning across different ways. Hmm. Alright. Public. Go to the picture with the tree and activate it. Yeah. So. Armptür. Rechtes Raum. Geh zu dem Bild mit dem Baum. Und aktiviere es. Och. Auf einmal funktioniert es doch. Wirst du mich jetzt... Hm. Yes. 144. Nicht schlecht. Interessant. Wisdom. Plus 3. Endlich was Nutzvolles. Hier. Is this the... Hey, you found it. I have to say I doubted you. Thought you were another collaborator. But not anymore. What happened? Who is your lead? We have an old storeroom in the rear of Sonya's brothel. Good. Mhm. Hm. Talk to the bandage chief. Es hilft auf jeden Fall weiter. Ah, dammit. So viel Kram zu tun. Eieiei. Starroom. Starroom. Starroom next. Müsst ja dann... Leave me be. Storroom. 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 Storroom... Unten? Okay, hier könnte eine Art Lagerer sein. Aber... Ja. Ah. Ah. Wow. Ich habe es mir verscherzt. Ich weiß nicht, wie wir es mir vertreten. Ich weiß nicht, ob das... Das hätte ich mal gewartet, ne? Hätte ich mal gewartet... Ähm... Better start again... Did it! Hm... Okay... Schmiedehammer... Das sieht interessant aus, das Messer... Was auch immer das ist... Die Frage ist, wie ich mit dem... Was findest du hier? Honestheit ist... Honestheit ist eine vertu... Leave the property of others alone... Tony... Hm... Never saw him again, after he left the island... Okay... I can't help you anymore... You've not got better things to do... Ah... So, vielleicht nochmal... Uh... Uh... I... Uh... Ich glaube, entweder über die Zeit wird das. Oder lass mich einmal kurz... Oh, mittlerweile habe ich zwei davon. Ich habe nichts zu sagen. Nach ihnen! Oh! Ich habe den Markt nicht, ich habe es zu sagen. Ich werde das soarte. Ich habe das soarte. Ich habe das soarte. Was findest du hier? Honest ist eine Virtue. Lass die Property von anderen allein. Sehr gut, war jetzt eigentlich lang genug unterwegs. Heben wir uns noch mal ein bisschen was für die nächste Folge auf. Für den nächsten Stream. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ciao.